Oink, 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 oink Wir sind ein pangieriger Schweine Nein, wir sehen nicht nur so aus Uns interessieren nur die Scheine Drum bringen wir auch jedes Jahr das gleiche raus Wir behalten das Geld für die Entwicklung Wollen Profite lieber heute schon als morgen Warum sollte es anders laufen, wenn die Leute es doch kaufen Darum macht man sich bei uns hier keine Sorgen Und bei Electronic Arts sind die Kunden egal Hauptsache die Zahlen, die sind schwarz Unsere Spiele sind beknackt Überteuert, mittelmäßig und am meisten noch verpackt Und mit Mikrotransaktionen und DLC vollgepackt